Gibt's denn noch den alten Huber? Gibt's denn noch den alten Späzi? Gibt's den alten Späzi noch? Früher hat er immer Gluck, Gluck, Gluck gemacht, Gluck, Gluck, Gluck gemacht und geraucht hat er die liebe lange Nacht und hat sie doch nicht umgebracht. Gibt's denn noch den alten Huber? Er kann erst 50 sein, er kann auch 60 sein, er kann schon 70 sein mit dem Gesicht. Er kann auch 80 sein, er kann auch 90 sein, er kann schon 100 sein, mehr aber nicht. Nein, nein, das kann ja gar nicht sein. Gibt's denn noch den alten Huber? Huber, Huber. Gibt's denn noch den alten Huber? Gibt's den alten Huber noch? Früher hat er immer Gluck, Gluck, Gluck gemacht, Gluck, Gluck, Gluck gemacht. Gluck, Gluck, Gluck gemacht und geraucht hat er die liebe lange Nacht und hat sich doch nicht umgeracht. Ja! Gibt's denn noch den alten Huber? Huber, Huber. Gibt's denn noch den alten Huber? Gibt's den alten Huber noch? Gibt's den alten Huber noch? Untertitelung des ZDF, 2020